Wir haben heute den 13. Februar 2017 und ich nehme hier mal vom Kappen-Rundweg auf. Temperatur etwa minus 1 Grad, herrlicher Sonnenschein und für einen Montag ist der schon ganz gut Betrieb, wie man hier so auch feststellen kann. Wir haben heute einen Rundweg auf dem Kappen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist hier wohl eine Skischule. Die junge Dame hat das erste Mal auf die Suche stehen. Ja, dass hier viele Niederländer sind, muss man nicht betonen. Im Winter sind ja teilweise bis zu 80% Niederländer als Gäste. Das ist für die Region auch sicher sehr gut. Ja, hier geht der Skilift direkt über die Hauptverkehrsstraße hinweg. Hier ist ein 6er Sessel warm, wenn es reicht. Das ist ein 6er Sessel warm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ganz ruhig kann mein Beifahrer die Kamera nicht halten, ist klar, wackelt ja auch ein bisschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf dem kahlen Asten ist es noch richtig ungemütlich, kalt, die Fernsicht ist auch nicht so berühmt, aber relativ diesig. Und hier so sieht man auch, wo das kahlen Asten heißt. Und hier so sieht man auch, wo das kahlen Asten ist. Und hier so sieht man auch. Untertitelung des ZDF, 2020